Die neue Festhalle ist ein städtebauliches Projekt. Auf der einen Seite wird der Altbau, die alte Festhalle, ersetzt durch einen Neubau, einen schönen Neubau, der in einem Architekturwettbewerb ausgelesen wurde. Und auf der anderen Seite, und das finde ich persönlich fast das Wichtigste, verschwinden oberirdische Parkplätze, vor allem auf der Allmände entlang der Papiermühlenstrasse, in den Boden. Dadurch gibt es mehr Platz, mehr Grünraum auf der Allmände, einen Mehrwert für das Quartier und das bringt mich einen wichtigen Vorteil dieser Abstimmungsvorlage und darum ein Ja zur neuen Festhalle.